hier befindet sich nun in deinem gefängnis okay das gerade den ersten ganz vier gefangen genommen sie nun kerk als geschloss ausgast werden nicht in lage ein solches papier wenn es folgt ausfügig zu machen die möglichst einen beherrschungs ring und dem papier zu fest haben sehr schön es war sogar kampflos damit habe ich nicht mal gerechnet naja wenn ihr mich da mal entschuldigt ich muss ja müsste eigentlich schon alles geblendet sein die war ich schon drin eigentlich hat noch jemand das ist unsere teil der frauen vampire und niemand wird sie uns wegnehmen können frauen hier so so ist euch bewusst wer diese stadt überhaupt hat das werde ich jedenfalls nie vergessen das gar interessiert das wer erobert hat die stadt ist in unserer die frei könnte schon sein wenn der kreuz auf sich formiert das war schon fast philosophisch nicht gut genug ich habe die falsche genommen hoppla ja egal das war es jetzt ich werde bestimmt irgendwann mal papiere brauchen um die ich habe gehört zum papier abhanden kommen was gar bestimmte gerüchte über ein magisches halsband erleben bis bald wieder im gerede wir haben ihre jetzt eingenommen die stadt gehört jetzt immer hier keine sorge der helden wir hegen keinen kreuz gegen euch das lange kein problem macht es haben wir wirklich glück gehabt denn bei zu viel blut könnte man sie mir noch irgendwann rost ansetzen hast du scherz oder so er war nicht witzig willst du noch irgendwas es sollte wirklich weitergehen ausgang naja wartet einen augenblick ich hätte zwar euren schlechten humor nicht aber ich habe das bei dem ihr perfekt wert ich denke nicht dass wir dafür zeit haben ich hätte eine wichtige aber für euch eine aufgabe die nur ihr erledigen könnt warum glaubst du dass wir an irgendwelchen aufgaben interessiert sind weil die bezahlung wirklich erstklassig ist du hast drei sekunden mich zu überzeugen sonst sind wir weg ich habe ja einen beutel dieser beutel muss dringend ins schloss farin sehen wir wie dein laufburschen aus warum sollten wir für seine aufgabe geeignet sein heute ein dummes glätt dafür nun ich bin im schloss nicht mehr besonders gern gesehen aber ich habe am tier der die trinkt auf dem beutel warten dürfte beutel aber niemand anderen zeigen oder geben und das ist der moment an den wir gehen sollten nicht so schnell unsere diskussion ist hier doch sicherlich eine passende belohung wert da war nicht wirklich lohnenswert ja ich wusste es ihr seid genau die die ich jetzt brauche alle anderen papier sind viel zu unzuverlässig würden den beutel einfach aufmachen aber ihr macht das in kein fall richtig du hast doch gesagt wir sind genau die richtigen dafür auch nur wenn die bezahlung stimmt wäre es mit einem magischen ruhe oder eine menge viel nach wichtig ist nur dass die beutel auf keinen fall öffnet sonst wird er empfindlich inhalt zerstört denkst du nicht wirklich darüber nach als gar die beutel hätte ich übergegen was sehr gut jetzt wirklich klar ist die beutel zu ganz im schloss farin nur er darf die beutel offen verstanden woher willst du wissen ob wir die beutel gebracht haben ihr bekommt ein zettel bringt ihr mehr und erhaltet eure belohnung das nicht gerade vertrauen zerweckt das wir legen die aufgabe jetzt gibt verdammt beutel schon her mir gefällt dann elana gutiger beutel der beutel ein blut weg und wiegt fast nicht das bestimmten finger drin oder so ihr bekommt die beutelung nur wenn ihr den beutel nicht öffnet kann kann ich oft genug betonen auf keinen fall den beutel öffnen ansonsten wird das was ich auch nur findet sofort zerstört und dieser katz darf den beutel öffnen ja er hat einen magischen handschuhe mit dem das klappt wohl dass er immer zerstört wird ja schön dann machen wir uns gleich auf den weg zum schloss war viel erfolg öffnet nicht den beutel ernsthaft asker spielst du laufgast für einen äußerst verdächtigen kerl mit einem äußerst verdächtigen beutel ich habe entschieden wir gehen jetzt los da fällt mir auch nichts mehr ein aber mir fällt auch das ein es gibt vampire die haben die macht dinge zu tun die sie nicht tun sollten und danach einen zauber zu nutzen der sie in der zeit zurück bringt in der sie dies nicht getan haben und sind so ein zauber gibt es nicht ich denke schon erleben aber wer steht im zauber offenbar nicht was auch egal wäre denn diese zauber sind ja ohnehin nicht ohnehin nicht wenn der beutel öffnet wurde ist er nicht unwiederkrieg zerstört mir scheint dass viele seltsame bücher gelesen nicht wirklich aber wichtig ist dass sie wird nicht öffnet schon klar wir haben verstanden wir kommen zurück so weit die beutel überbracht haben schön dann bist du auch beim anlass gar spielst du jetzt noch ein vorzunehmen für ein völlig zufrieden im papier doch eine schlecht verdient schnell verdiente belohnung kann jetzt einfach den beutel aufmachen inhalt nehmen und weiterziehen der beutel hat blut er auf der außenseite ich glaube nicht dass da was drin ist dass sie vielleicht auch erhofft zu geliefert das klappt auch nicht um dass sie nicht beim öffnen des beutels zerstört wird das kann er vielleicht seinen sonstigen laufvorstand erzählen du machst mir also auf und verzichten auf die belohung für die übergabe ich werde schon zehn nicht weiter probieren als beutel im talen bestimmen genutzt mit konsequenzen haben weil der nicht weil die ganzen leichen hier wegräumen darf nicht waren gewachsen ist hier zu sein das kann ich ja auch eine meine ex vampirin tut weil ich kann mich ja noch gesicht abwerfen verschwinde mit ihr will ich nie wieder etwas zu tun haben weil ich will ist nicht immer hilfreich das lässt sich ändern die verdammte schwein hau ich habe keine augenblick und das ist wieder mein standard stärker ich mach dich nass also wenn seine klinge richtig trifft dann ist es richtig gut okay das kann ich auch so platt machen der hat wirklich hass gegen asker der hat sich nicht mehr schwein der hat sich nicht mehr schwein Okay, da war die Vampire eingesperrt, glaube ich. Kann ich mich hier angucken. Ja, aber hier habe ich eigentlich alles schon mal genommen, was klingt. ich muss auch mal gucken dass ich irgendwo ein paar seelen wieder herkriege aha es lohnt sich echt die war herum zu gehen man findet immer irgendwo was wer bist du denn egal du bist gleich mein verschwinde hast du bist doch ein jemals verboten die stadt wird zum frei papieren also den sich dann können wir ziehen konnten du kannst du bist frei das können wir jetzt wieder ändern ist eine frage der zeit da habe ich meine alte stärke zurück da wird sich eine menge ändern das verspricht sollte ich hier nicht haben also schwindet das ist das für ein effekt da oben das gibt wahrscheinlich wieder umgebracht wenn sie nicht zweimal die gleiche gleiche und ja ich weiß ich habe noch die rache punkte so viele leute zu versklaven das finde ich eigentlich ganz gut ich möchte nie wieder damit aufhören leute zu versklaven das verdammte verräter wenn wir ihn erwischen ziehen wir die haut ab was denn für verräter hat er sie gekommen und zum teufel seid ihr denn gelesen als diese stadt euro haben die stadt verlehrt hierher gekommen seid ja aber das verdammte verräter hat eine gruppe von uns an den heiligen kreuz zu verraten erst unsere leute in einen hinterhalt gelockt dort warten die soldaten des heiligen kreuzzugs aller zu papieren wurden in köften zerstüttelt eine ganze gruppe an papier dort getötet die soldaten des heiligen kreuzzugs waren dann hinterhaltbar beteiligt normalerweise hätten wir diese gruppe soldaten problemlos vernichtet aber diese verdammte verräter jurados hat ihnen im kampf auch noch geholfen wie von geholfen der schweine jurados ist der papier magier der hat unsere gruppe mit stein zerquetscht mit stein was verdammter mist und wo ist das problem hinzufangen der kerner sich auf ein abhang im gebirge notöstlich von ihr von schein wir haben schon mehrere papier dorthin geschickt und endlich zu schnappen aber keines zurückgekehrt hast du teilweise so schwer sein dort zu töten wäre es wenn ihr es herausfindet wenn ihr schafft gebe ich euch ein paar nette dinge aus unserer waffen vor Ort alle verräter gehörten gewünscht erst mit dem heiligen kreuz zu kooperieren der vielleicht ganz lange ausbluten sehr gut diese in der verräterung sterben wir kommen wieder wenn der kopf den abhanger unterrollt gut noch eine quest da ist noch jemand den ich holen kann das habe ich schon geöffnet sehr spätig von einem meyer beauftragt wurden die gegner aus den datenzeigen kreuz zu suchen definitiv nicht bedanklich ich würde mich sicher empfehlen wenn jemand draußen ausschalten würde warum machst du es dann nicht selbst ist mir zu gefährlich bin viel zu hübsch und von den soldaten des heiligen kreuzzugs geköpft zu werden da bleibe ich lieber im keller und sicherheit willst du nicht dass du hier in der fadde sitzt entscheidend sicherheit und verflixt das richtiger punkt sollte mich hier noch ein gut ich sollte mir noch ein gutes versteck bauen dann für glück das heiligen kreuzug nicht ein hübsches gesicht beschädigt ja danke die fraktion meines gesichts ist was wichtigste gut ich kann auch mit geschieden gebrauchen ich glaube nicht dass du viel drauf hast hast du standort kriegerin was hast was hast du die immer ein zendien das verstehe ich noch nicht auch mit ich hätte bei ihr noch einen spezialen clip machen können die ist wahrscheinlich jetzt platz jetzt ok warum darf ich das nicht ach er hat doch zu wenig nee sie kriegt keine erfahrung wenn sie besiegt das ich habe viel zu hübsches gesicht ich hatte eitle menschen das ist eine unserer schlimmsten sachen hochmut und eitelkeit oh hallo freunde sollte auch noch immer kommen und dann dort zu finden in dem ihr endlich etwas zu wohl kommen könnte zur ruhe das bekommen hat den unzähligen gute menschen und papieren gestorben sind der tod begleitet uns alle schon viel zu lange doch die stadt ist nun der hat der frei papiere und wenn erst einmal die spuren des kampfes beseitigt sind besteht die möglichkeit für alle etwas wohl zu bekommen die ist aber schon gewusst dass deine kreuzung nicht auf deinen wunsch dafür rücksichtigen wird ich habe eine ganze bei mir bei dem vorfall durch mehrere vampire und wurde dabei selbst gewissen an meinem dasein als vampire habe ich dann auch nichts als tot und verwüstung gesehen dieser ewige krieg um kampf um zu überleben hat mich so ermüdert ich brauche endlich einen ort an dem ich zumindest für ein paar wochen ruhen kann tja wenn du dich auffallst schlägt dir irgendein soldaten kopf ab wenn du deinen sarkoß ich meine nur wer in bewegung bleibt verhindert überrascht zu werden ich hoffe ihr habt unrecht in dieser sache irgendwann wird dieser krieg zu ende sein offen ist einzig wer da noch lebt wohl wahr und diese letzte zeit sollte ich nicht damit verbringen müssen noch mehr tot zu sehen so gefällt das dann hoffe ich dass ihr ihn nicht selbst schneller findet als es lief ist sich in irgendeinem kleinen haus ein gemütliches leben einzurichten ist jedenfalls nicht das wonach mein untodes herz strebt nun denn eine gute weiterreise wünsche ich euch danke lalalala lalalala nein 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 bitte nicht dann du glück in deinem ersten kampf der erste stattfindet äh ja halt die 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 Okay, die können wir verlieren. Das war gut. Ja, das war gut. Es wird schon keine negativen Auswirkungen haben, dass ich alles für mich hole. Und wenn doch, ist mir das auch egal. Ich muss einfach nur stark werden. Wow, das ist so viel. Damit hat man einen schönen Tag. Damit kann man sich gar nichts leisten. Was bist du denn? Das ist ein Tag für Aska. Und allein an deiner Seite? Wie kann das sein? Du solltest aufpassen, was du sagst. Sonst dauert es nicht lange, um die Zeit hier als freier Mafia schnell zu ändern zu kriegen. Meine Drohung? Ha! Nach meiner Flucht aus deiner Herrschaft, Aska, kann mich nichts mehr erschüttern. Wir sind jetzt überall verteilt. Du wirst niemals mehr über uns bestimmen. Und das entscheidende Detail ist, dass ihr verteilt seid. Wir werden sehen, ob eure Flucht in alle Richtungen euch am Ende wirklich Gold macht. Du wirst mir jedenfalls Freude machen, euch nach und nach wieder meine Herde zu führen. Das ist dein Plan. Versuche es und du stirbst. Werden sie ihn. Werden wir! Außerhalb an! Du wirst noch nicht messen! Wie hört ihr das? Aber du wirst auch mal ein, was du wirst? Da hast du ein Problem für die Hälfte, die nicht geworben. Du wirst auch sehr schwer! Und du wirst jetzt schon mal ein. Und du wirst sich das schwer! Wir werden die Hälfte beraten! blut mehr geht doch einiges aus muss ich sagen und dann gucke ich mal richtung ich habe jetzt das buch ich weiß doch nicht überall wo ist das verdammte buch ich muss dieses rittual das klingt interessant eigentlich sind wir hier zurück in die reingekommen als du von deinem ritual gemobelt hat das geht überhaupt nichts an schwindel gefälligte sieht aus als hätte da jemand erklärt werden ich will nicht mehr mit euch reden weg mit euch was ist das kann nur kurz was gucken moment kannst du doch die junge hirn ansehen dann kannst du dein buch über die dahl vermutlich noch noch unendlich macht zu erhalten und das nimmst du ernst wenn hier im haus ein buch versteckt ist in dem ein ritual beschrieben ist das uns mehr macht verleiht dann werde ich es diesen dunkel vor der nase wegschnappen und das rital selbst beenden wenn du überhaupt ein ritual gibt und wenn es irgendwie ominöse macht verleiht der mangel an leidenschaft sich selbst zu stärken begründet eine jetzige situation allein was kein willräder befinden das buch und führt das ritual aus gefällt mir erst gar wenn wir ein opfer für das rahal brauchen und ja auch schön wir nehmen ach ja fast wie ja du bist tot erstmal müssen das buch finden dann entscheiden wir wer wie geopfert wird wenn hier große fressen große tier noch mehr aus eichhörnchanco ich hasse es das blüffend hier zu trinken sie was für die darüber pieren wie bei einer dieses buch von 4 2 geladen papier ticket ja ja wo ist dieses buch jetzt ich muss buch finden war wieder keine presse ja mein bisschen nicht alle das ist unmöglich und was kommt jetzt ich habe gehört dass du unsere kinder getöteten gefressen bist du ein monster hast du teufel ist das für ein gerücht habe ich da geht ja in den schritt respekt wird ein leichter gelegen hat der mutter verschwindet sofort der kinder tötet hat ihre nichts verloren das war meine stadt verdammt auch mal und ich habe keine kinder getötet ich habe dir einig zugesagt auch das willst du dass ich meine kreiber im gesicht sie mit stück das schön wird unser spaß gehen weiter kindermörderin ja diese kindermörderin ist auch ganz gut im töten von vampiren mann wenn wir eine von diesen einer von diesen rittern kommen würde sehen wir mit allein besiegt haben damit die alle umlegen und wenn die alle gleichzeitig angreifen würde sie würde er für die wahrscheinlich immer noch umlegen ich habe das gefühlt ist alles schwächlinge in der stadt was aber gut ist weil wir ja auch schwach sind aber trotzdem der stadt Das war's für heute. 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 Das ist ja. Wo bin ich jetzt? Ach da... Das war ja ewig weit weg. Das hab' ich ganz... Ja. Kein Wunder, dass hier alles zu stark ist. Okay, ist aber rot. Ich glaube, ich kann hier irgendwie gar nichts, irgendwie meine Seite ziehen, schätze ich mal. Äh, gar nichts machen, weil ich versuche, ich darf gar nichts auf meine Seite ziehen. Man muss in dem Spiel schon echt überlegen, was man letztendlich tut. Das sieht sehr verdächtig aus hier, ja, ist es auch. Das ist alles rote und ich habe keine Möglichkeit, meine Stufe irgendwie zu erhöhen. Es wird, glaube ich, echt ein hartes Stück Arbeit. Ich denke mal, wenn ich dann so weit bin, dass ich die machen kann, ist es kein Problem. Aber bis es soweit ist. Alles rot. Und die Menschen kontrolliert der Stadt. Da schalten wir auch noch nicht so klug. Oder vielleicht doch. Vielleicht ist es. Ich brauche, ne, ich brauche eigentlich, eigentlich bräuchte ich einen grünen Spot, an dem ich beim nächsten Mal weitermachen kann. Problem ist, dass ich hier noch rote kriege. Ich brauche noch ein paar schwache Seelen, damit ich meine Silbermine da oben voll machen kann. Und ansonsten würde ich tatsächlich irgendwann mal so machen, dass ich einfach mal, wenn ich ein gewisses Level erreicht habe, dass ich nach und nach hier diese ganzen Sachen abfarme. das ist eine Burg. Das hieß Burkara, die Hauptwestung Heiligenkreuzung. Seitdem wieder verschwinden. Hier gibt es viel zu viele Kampfergruppen. Kampf kriegt das nichts. Was ist das? Alarm, Papiere greifen an. Nichts weg von hier. Ach, ich darf auch gar nicht. Nett. Ich dachte, ich könnte es wenigstens mal versuchen. Können Sie nicht irgendwann eine Silbermine geben? Ach, ich sehe, da unten ist noch eine Silbermine. Ganz weit. Ah, okay. Okay, 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 okay. Die habe ich nicht gesehen. Auf der Karte sind sie noch angezeigt. Dann gehen wir noch zu diesen Silberminen und ja. Da ist was grünes. Okay. Aber. Das werden wir beim nächsten Mal machen. Das war. Vampire Storm 3 The Crimson Realm. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye Leute. Bitte. Tschüss.